Wenn Menschen lügen, dann kommunizieren sie oftmals, dass sie im Grunde sehr unsicher sind. Wenn jetzt also jemand extrem nervös ist, ständig an den Fingern herumspielt, dann könnte das eine gewisse Unsicherheit sein, die in diesem Moment aufgezeigt wird. Wenn also eine Person eine Aussage sagt, die heikel ist und sich während der Aussage ständig an den Fingern herumknübelt, dann ist es womöglich das Unterbewusstsein, das in diesem Moment sagt, Alarm, Alarm, mach etwas, bevor das Gegner bemerkt, dass du lügst.